So noch Mario Video heute Nacht damit nicht nur jetzt TrackNage Origins das Level erinnert mich an etwas wow mal schauen wie es wow wie viel kostet es eigentlich so ein Banzai-Bel also ich möchte es echt mal wissen dann kann man noch so viele dann kann man noch vier kleinere Bullet Bills machen anstatt so ein riesen Banzai-Bel also ich verstehe es echt nicht sorry aber Bowser was hast du dir dabei gedacht? oh nein Egal dank Yoshi habe ich einen zusätzlichen Hit Yoshi ist mein Yoshi opfert sich für mich wenigstens ist wirklich so nein nein flying fish ich hasse dich ich renne jetzt mal ganz schnell weg das geht gar nicht wow wow Egal Yoshi hat noch gelebt nein oh mein Gott hier ist eindeutig zu viel Scheiße unterwegs sorry aber sowas will ich nie komm sterb oh Feder sehr schön oh nein nein ich hoffe ich schaff das noch irgendwie ich hab keine Lust oh oh Gott sei dank so wow und ende Gott sei dank ich dachte ich hätte kacke zu kurz vorm ende noch hab ich muss mal meinen Emulator mit Rewind belegen also meinen Controller mit dieser Emulator Funktion Rewind sprich auch wenn ich mich mal im falschen Moment gespeichert hab dass ich mich dann noch retten kann indem der Autosave lädt eben ich finde die Levels eigentlich ziemlich cool muss ich sagen es sind zwar jetzt nicht unbedingt originelle Levels aber zweimal an derselben Stelle auch super einfach rennen einfach rennen und rennen und nicht fragen ne das wollte ich eigentlich nicht schätzen die Feder ist denke ich mal hier auf jeden Fall besser wie irgendwelche Feuerblumen da kann man sich wenigstens noch mal retten hier oh ist ja genauso wie jetzt gerade es ist super genaue Sprünge jedes Mal hier oh verdammt das wurde nicht überlegt wenn ich hab so ne Feder ich kann das machen aber das hilft manchmal auch nicht mehr wow 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 ruhig ruhig oh sobald man hier springt war's das da muss man wirklich warten oh mein Gott oh ich dachte das geht aber nein das geht nicht wie man gerade eben gut gesehen hat oh jetzt geht's nein ob in dem juli kein und z wo sie ist cool finden genau du Sturbssätze das war die Bühne Leiter und mein Gott aber ein Geräusch von Rentschort oben lang Kostmann Nein! Das ist nicht leicht. Mario ist echt nicht leicht in dem Spiel. Besonders wenn ich ihn steuere. Das ist echt schwer. Ich hätte irgendwo wieder einen Payblock finden müssen, der wahrscheinlich irgendwo unter mir versteckt war, wo ich vor uns gelaufen bin. Naja, gut, egal was soll's. Ich hoffe bloß, dass wir jetzt keine Schalterpaläste finden müssen. Das werde ich auf jeden Fall nicht mitmachen, wenn irgendwelche Schalterpaläste gefunden werden müssen, um weiterzukommen im Spiel. Hm. Also hier geht's nicht weiter. Hier unten? Ja. Münzen. Boah. Sag mal. Sag mal. Jetzt. Ein Controller ist manchmal übersensibel. Sprich, wenn ich nach oben drücke, oder besser gesagt, nach unten drücke, in diesem Fall oder in diesem Beispiel, dann bewegt er meistens nach links und nach rechts. Also es ist nicht mehr so exakt. Die Steuerung. Das Steuerkreuz wahrscheinlich stimmt. Was ist das für ein Scheiß hier? Das habe ich noch nie gesehen. Boah. Was ist das für ein Scheiß hier? Das habe ich zwar schon, aber ich gehe mal hier rüber, das ist besser. Genau deswegen. So, ich weiß, das müsste jetzt glaube ich der richtige Weg sein hier. Vermute ich einfach mal. Das könnte ein bisschen nervig werden. Nein, das klappt noch. Okay. Das ist ja schon wieder die fünfte Festung mittlerweile, wow. Also diesmal komme ich recht gut voran, muss ich sagen. Ich habe nicht gedacht. Überall gibt es so Röhren, wo man noch mit einem P-Schalter reinkommt. Hm. Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Außer, dass ich jetzt den Sprung gerade richtig verkackt. Oh, ich werde auch so hoch bekommen. Mein Schatz. Mario. Vor uns ging das doch. Ach, Mario. Sorry. Na, das musste sein. Ja, super, das hat es jetzt voll gebracht. Wenn ich einfach von unten dran springen kann, wie jeder normale Mensch. Ja. Warum sich es einfach machen, wenn es auch schwer geht. Ich glaube, wir müssen fliegen. Was wohl nichts. Wow. Wow. Jetzt aber Mario fliege. Yeah. Beim Steuerkreuz wird hier einiges abverlangen, muss ich sagen. Was ist hier hinten? Mario, whatever you do, don't jump in this pit here. I mean it. It's one of the worst pits I ever seen. Aber. Es könnte was dahinter sein. Sprich. Ich komme jetzt runter. Hm. Ich werde trotzdem runter springen, nehme ich jetzt einfach. Oh, Mario. Mein Steuerkreuz ist wirklich nervig. Was ist jetzt hier? Hier ist da auch irgendwas oben an der Decke. Hervor schützen diese Wöhre. Rein gehe ich erstmal hier rein. So. The worst pit ever. Oh, da hat er recht. Muss ich jetzt hier schön... Oh, jetzt muss ich hier echt fliegen, oder? Wow. Kommt übrigens mal so eine Flamme raus. Hier kommt nichts. Wieso ich jetzt hier rüber komme, bitte? Das ist echt scheiße. Ja, super. Es bleibt das mal hier hängen. Warte mal. Ich glaube, ich kann erst geduckt fliegen. Das geht doch auch. Oh, ich probier's lieber. Oh, ich komm nicht mehr zurück. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Dass ich das jetzt nochmal machen darf. Diese scheiß Flamme. Vor allen Dingen reicht der... Platz gar nicht hier. Wie soll ich dort hochkommen jeweils? Da komm ich nie hoch. Es sei denn, da wär irgendeine Flamme zum... Hochspringen. Egal. Ich mach noch ein letztes Video. Bis gleich.